Hallo Fußballer, euer Lars wieder hier. Heute mit einer weiteren Schnelligkeitsübung, die sogenannten Step-Ups. Alles was ihr braucht ist eine Bank. Fuß rauf, schön, dass der Fuß richtig drauf ist. Jetzt kommt ihr schön nach oben, langsam runter, Balance halten und schnell nach oben. Ganz wichtig dabei, wenn ihr runter geht, dass der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt ist, so dass ihr ein bisschen Power hier in der Oberschenkel vorderseite bekommt. Wichtig ist auch noch, dass der Bauch angespannt ist und dass ihr wirklich explosionsartig nach oben geht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Übung mal wieder. Euer Lars, bis bald.